Applaus für mich! Nicht! In ein Witz von Onkel Fritz, der in der Badewanne sitzt und mit der Pimmelmann spielt. Achso! Hallihallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich ein neues Spiel und das heißt Spring Royale. Ist fast so ähnlich wie Fortnite. Und das werde ich bisschen öfter jetzt spielen auf meinem Kanal. Also nicht öfter als Fortnite, sondern aber einfach bisschen öfter auf meinen Kanal senden. Und ich guck mal, wie gut ich in diesem Spiel bin. Ich habe es ein bisschen angespielt, muss ganz ehrlich sein. Ja, mhm. Das sind Kastanjetten. Und das ist jetzt mein erstes Video von Game Royale. Und viel Spaß! Oh, es wurde ein Match gefunden. Ehe, alle! Das Spiel geht gleich los. Ich bin eine Jägerin. Hallo, du Mensch! Aber erstens, mal gucken, wo ich hinfliege. Ich lande jetzt da, wo ich markiert habe. Diesen gelben Strich, den seht ihr ja wohl. Da kann man auch Kills machen. Ist so ähnlich wie Fortnite. Also, wie sie sich mit Fortnite auskennen. Kommt ein bisschen besser. So, die Jägerin ist da. So, die Jägerin ist erstmal an einem ganz falschen Ort. Weil es dort keine Waffen gibt. Äh, eh, 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 eh. Nice! Ich glaube, so bleibe ich auch. Also, in der Ausrüstung. Man kann hier auch nicht bauen, so. Also, es ist so ähnlich wie Fortnite, aber nicht komplett gleich wie Fortnite. Was ist F? Ah, da kann man sich einfach drehen. Ich hab Angst. Ich camp jetzt hier. Also, wenn man stirbt, dann... Ach! Das sag ich euch noch nicht. Ihr werdet sehen, wenn ich sterbe. Also, wer drinnen ist. Also, schmeiß ich da jetzt etwas. Oh! In your face, Alter. Och, Mann! Das nervt. Da vorne war... Oh! Da war die ganze Zeit einer. Und jetzt will ich hin. Da will ich jetzt nicht mal hin, weil da die ganze Zeit einer ist. Und ich weiß nicht wo. Oh! Stimmt, ja. Ich hab ein Pferd. So, ich bin jetzt mein Ferdinand schon. Ich bin ein Buschcamper. Nee, bin ich nicht. Für die, die es noch nicht wissen. Ich liebe Pferde, aber ich hasse Gegner. So. Oh mein Gott! Was ist das denn? Hab ich das schon? Nee, das hab ich nicht. So. Und gucke, ob hier noch was liegt. Nein, hier liegt nichts mehr. Also, gehen wir jetzt weiter. Alter, wer ist denn hier so aktiv dabei? Alter Schwede, ey. Nee, jetzt muss... Och, doof. Jetzt muss ich schnell in die Zone. Weil sonst kommt der Nebel und holt mich. Aber dafür brauche ich erstmal meinen Ferdinand zu sehen. Ja, ja. Beruhig dich mal, doofe Stimme. So. Dann kommt man halt eben einfach ein bisschen schneller in die Zone. So. So. Ähm. Ich nehme Nummer 1, weil mir das nicht so gefährlich ist. Auch manchmal wünsche ich mir ehrlich, dass man da rein kann. Ah, kann man nicht. Dumm. Ich weiß. So. Was mache ich denn jetzt? Wo gehe ich denn gleich hin, wo dieser Nebel kommt? Oh, ich kann fliegen. Hab ich das Gefühl. Ich hab mich schon mal gefragt, ob man hier irgendwie tanzen kann. Ich probier jetzt einfach. Okay. Ah, nice. Ähm. Cool, dann kann die auch sprechen. Ah, ist klar. Oh, ein Regenbogen. Nice Sache. Okay, ich hab Angst. Also schmeiß ich dieses Ding. Sind nur noch 20 Leute am Leben. Ist ganz schön nice, ey. Ich will nicht durchs Dorf. Es sind immer zu viele Gegner. Hm. So. So, jetzt gucken wir uns einmal kurz den Nebel an. Oh, wie sieht der aus? Großer? Ich seh ihn gar nicht. Der Nebel breitet sich aus. Ah, jetzt muss ich da hin. Pilze. Ich hasse Pilze. Wer auch der Meinung ist, äh, schreibt mir in die Kommentare, ich hasse auch Pilze. Dann wird mal den Eltern klar, dass wir keine Pilze mögen. So, oder an alle Erwachsenen da draußen. Oh, scheiße. Wenn ihr keine Pilze mögt, dann schreibt Hashtag mag keine Pilze. Und die etwas jüngeren? Nein, daraus wird nichts tun. Wer schießt hier zur Hölle? Was zur Hölle? Wer schießt hier? Jäger. Alter. Ich hab Angst. Ich glaub, bei mir ist voll der Killer. Ich bleib jetzt hier, wie im Fortnite damals. Kämpfe ich einfach mal ein bisschen. So. Ich glaub, ich werde gleich abgeschossen. Erstmal geh ich mal schnell in die Zone. Damit ich schneller abgeschossen werden kann. Nein, Spaß. Ich hol mir einfach mal den übelsten Highgrund. Den Highgrund hol ich mir jetzt. Okay, nee. Ich bin noch nicht richtig in der Zone, also. Ich muss richtig rein, sonst bin ich tot. Ja, doch jetzt schon. Ich guck, wer hier ist. So, weil hinter mir wird dann die Zone sein. Stirb, du Busch. Los, stirb! Oh, Bäume. Sehr interessant. Heute zu kaufen bei uns. Extra Rabatt. 20% Rabatt. Bäume. Für eine Million Euro. Nicht zu verkaufen. Heute bei Real. Mann, Sohne. Kannst dich jetzt vielleicht mal beeilen? Gott, ey. Ich hab lange meine. Hallo. Brrrr. Ja, die haben alle Angst vor mir. Die haben keinen Bock auf mich. Ich bin hier, Leute. Ich bin hier. Oh, scheiße. Das will ich wohl hin. Okay. Okay, da wird geschossen. Ich bleib dann mal weg. Tschüss, Leute. Ne? Äh. Streit aber ohne mich, okay? Ne? Okay, ne. Ich muss da hin. Scheiße. Hier ist einer. Und ich hab Angst vor dem. Weil der grad einen anderen Typen getötet hat. Acht Spiele übrig. Nur noch acht Leute am Leben. Ich hol jetzt meinen Ferdinand. Wenn mir das sonst knapp wird. Hier mit der Zone auch. Also, das Spiel. Äh. Da gibt's keine Autos. Aber hier gibt's Pferde. Äh. Und in Fortnite gibt's ja neuerdings ja hier Autos. Was ich auch ganz nice finde. Hier gibt's Pferde. Ich mag Pferde. Nichts Neues jetzt für euch jetzt gerade. Weil ich euch ja das erzählt habe, ne? Logik muss sein. Hier ist jemand vor mir. Oh shit. Ja, wahrscheinlich. Was ist das denn hier bitte für ne Kacke? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mann, ich hab den doch voll oft getroffen. Wieso Musik, ey? Hört euch das an? Hört euch das an? Wieso Musik, ey? Hört euch das an? Ich bin super Platz geworden. Eine Sensation für mich. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da. Wenn ihr denkt, ich kann euren Freunden vielleicht fallen, zeigt das Video doch mit euren Freunden. Oder Familienmitgliedern. Ich würd dann sagen, wir sehen uns bei dem nächsten Dream Royale Video. Ciao. Ciao! OHHHH. OHHHH. Outro